hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen projekt spiderman so wir legen einfach mal direkt los wie man hier sehen kann heißt einmal schon mal durch gespielt aber wir starten ein neues spiel auf der schwierigkeitsstufe spektakulär und legen direkt los sobald dieser ladebildschirm vollständig geladen ist nun das ist ein spannendes spiel mit einer interessanten kleinen großen geschichte die sich um den kleinen spinnentypen kümmert dreht und ja ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen sobald das laden fertig ist also jetzt jeden moment nun es wäre schön wenn es jetzt gestartet ja 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 alle einheiten stufe 4 mobilisierung einsatzort fisk tower ja 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 oh die rechnung rechnung oder verbrechen verbrechen geht vor nun dürfen wir schwingen ja ich weiß wie das geht und zack so erstmal schön geradeaus unter dem hubschrauber hinterher habt ihr ihn schon geschnappt was dagegen wenn ich mitmische ich habe acht jahre darauf gewartet ich habe acht jahre darauf gewartet schub hallo parker wo sind sie wir müssen mindestens einen probelauf machen bevor die fachkommission eintrifft tut mir leid ich war gerade beschäftigt persönliches problem ich komme sofort versprochen ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten arbeit ja da ist doch so schnell geht ich schenke kavallerie angefordert zu haben so haben wir noch 200 meter und damit sind wir auch schon da oder so gut wie jetzt aber zeit für den rambock der rambock nein es ist nicht reno und kasten kreis zum ausweichen ja und direkt der erste ist hier lieber der nächste bitte noch mal zwei ups ausweichen und wieder so war das letzte aber es kommt nachschub und die haben sogar pistolen dabei wie niedlich so der ist hier wieder wo sind die anderen da ist einer oops oops fast fertig hier und bei dir denn gleich da ich freue mich schon auf willis gesicht wenn du die handschellen anlegt und der letzten musik erwischen und dann war es das ja ein gangster okay okay juri erledigt was ist am 50 dauer eine explosion das war schon wieder geheilt sind ich wusste das ist nicht einfach abdanken würde gut dass wir schneller sind als die polizei und das obwohl wir uns umständlich von netz zu netz schwingen ruft mehr verstärkung und regelt den luftraum ab juri alles okay wenn er es aus dem gebäude schafft verlieren wir ihn na ich werde dann mal dann mal los ja es ist soweit willi aufgepasst und rein ins gefecht hat okay jetzt kommt der fokus dazu damit kann ich mich dann ein sehr schön ihr schafft das nicht kumpel vielen dank für euer vertrauen jungs da scheiße feld im moment das nennt man wohl feindselige arbeitsumgebung der ist hin aber da stehen ja noch mehr muss ich auch nicht sagen ich muss nur schneller sein als ja das hat weh getan auch in der luft okay so vieles interessieren und recht nicht mehr und der nächste auch scheiße da ich nicht aufgepasst du bist tot und du zu langsam okay der was ebenfalls in über ja ich habe mich ja eben schon ein paar mal gehalten ich weiß wie das geht die schützen ausschalten das letzte mal dass du wirklich geschossen hast ich glaube das waren alle die aufzüge sind abgeschaltet nehmt die treppe die treppe aber ich nehme den fahrstuhl und warum weil ich es kann spiderman status auf dem weg nach oben und hoffentlich stellt niemand die aufzüge an unsere helis sind unter beschuss und fisk hat bewaffnete männer auf jeder etage er ist verzweifelt und wehrt sich mit allem was er hat ich muss ihn finden und die sache beenden noch nicht wir haben ein gespräch abgehört sie löschen alle daten von ihren servern wir brauchen verweise wenn wir es festmachen wollen okay auf in den serverraum auf in den serverraum okay hier bin ich nicht im serverraum ich sehe mir einen super helden film an was geht na klar ich muss los ich bin ich nicht muss ich auch wort mich sagt wichtig ist wenn wir schneller als jetzt so auf okay bei voller fokus leiste kann ich gehe direkt ausscheiden wirklich dass das gut ausgeht so gegen ein bisschen auseinander ziehen und nach möglichkeit oben in der luft weiter kämpfen so noch einer weniger das glaube ich kommt zwar selbst was ich respektlich kennst naja das sehe ich wie ihr geschäft und der nächste wenn ich hier reingehe zerstören sie alle beweise ja nun mal schon da ist der ja sagt nach oben mein kleiner privateingang da geht es nicht hier muss ich da hat er ein richtiger schmutzfink das ist bei der schwein bei der speichern noch da ist das das ist nur schwein kann ich wenn sie so nichts ahnen sind merke nicht halt da nicht irgendwo hängen bleiben jetzt sind wir nach der riese nicht in den server um sein wir sind verkehrt rum gekrabbelt nach diesen luftschacht tektoren das ist ehrlich nach ganz wirklich noch mal krabbeln so war aber da hinten ist schon dieser toll hier zu ende ich habe mein passwort vergessen ja ja jetzt wie mich aufhält könnte und ich fand die typen bei meinem letzten job unhöflich ich komme nicht an ihn ran den machen wir fertig das werden wir sehen so der ist hinüber ich habe irgendjemand getrockten alles gelöscht ist mal sehen wie gut die sicherheitsvorkehrungen sind ihr habt den letzten kernenpatch vergessen du versteckst dich im serverraum wie feine sogar für dich sagt der typ der gerade seinen suchverlauf löscht nach all den jahren bist du immer noch bloß ein dummes kind stimmt aber das macht meinen charme aus oder oder löschen gestatt und das ist deine schuld das war ein weiter weg bist wie traurig dass er zu ende ist der fängt erst danach dich besser bereit wird man hier schon wieder beschossen so ding durch die gegend schmeißen nein alles nur weil ich die so dolle gehauen habe damit sie nach oben fliegen immer und ich die wieder runterreißen konnte aber nun gott so dank sich die ladezeit nicht so lang sie sind wir wieder mitten im spiel zack einmal zu demonstrationszwecken und danach wird sich nach gewohter manier erledigt zieh dich um mein werk was hast du jemals großes vollbracht na einmal habe ich einen aufgeblasenen vollgefressenen gangsta bus noch vor dem frühstück ausgeschaltet ohne mich gerät der abschaum den ich in schach gehalten habe außer kontrolle und das ist deine schuld es war ein weiter weg fisk wie traurig dass er zu ende ist er fängt erst an ja dann macht dich besser bereit sollte es auch im zack wo sind es der kerl der geschießt ein nun macht er doch diesen dämlichen spinnenangriff nun geht doch so der sinn so der ist auch hin über auf nach draußen ich werde ihn freie bahn verschaffen so war das nicht geplant zack nach oben so der ist in den wo ist die tür da ist die türe glaube ich nein ist nur verschluckt wo ist denn die türe ich muss weiter nach oben der weg ist frei los hey jungs ich glaube bomben gehören zu willis fluchtplan sie scheint festzusitzen kümmer dich um sie wir suchen die bomben alles klar und nun auf nach da los alle weg evakuiert das gebäude ich werde da sind sie schon ich habe so wenn sie frei sind schnell raus hier wer gehen kann hilft den verletzten verstanden hat er als geschafft schwer genug ist kommt natürlich noch ein zweiter teil dazu los 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 ok die sind gerettet auf den gang lang ich komme aber nicht hier lang auch doch die muss die lüftungsklappe wusste denn ja könnte besser sein unsere helis haben was abbekommen wir mussten den letzten aus dem verkehr ziehen wenn sich Fisk ein heli ruft können die die landung nicht verhindern und niemand der ihn jagt wenn er wegfliegt warum werde ich das gefühl nicht los dass er das die ganze zeit geplant hat weil es wahrscheinlich so ist verdammt juri schick die sanitäter schnell ich versuch's nö du bist erledigt da kommt ja noch mehr bisschen übertrieben oder holt ihn auf den boden was ist nationaler raketentag oder so erwischt so die sind alle weg da entlang jetzt sind wir vom Fisk immer soweit entfernt kommande hier durchgekommen zack gar nicht nur die ruhe jeder bekommt was ab ob sich heute ausweichen er gehört mir knallt ihn endlich ab wer hat sich eingespannt und jetzt tacke ich immer mal an der wand fest und eine geschlägerei im busch und das war der letzte kommande ist schon voraus ich hoffe sie sind okay seid ihr in ordnung wir wollten gerade verstärkung anfordern alles klar geh vor wir bleiben dicht hinter dir mhm ach du boss 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 ach du schläge schlag schlag ab doch move und schlag von hinten ihr habt von anfang an mit Fisk unter einer decke gesteckt die bilder kriege ich nie mehr aus dem kopf euer plan ist also nicht aufgegangen dann weiter mit plan b einer ordentlich prügel ich komme aber ins büro ich komme aber ins büro ok zweites schildchen lieber jetzt sind nur noch diese beiden hier meine ich zack ausweichen und angriff das war zack und der eingespannte noch einen schönen sprung move hinterher einige deiner leute standen wohl auf der gehaltsliste von Fisk die gute nachricht ist dass das will ich letzte front war ich stehe direkt vor seinem büro mit vergnügen und mach auf genau hallo willi schreibst du deine memo an vergiss nicht den bindestrich zwischen spider und man macht den heli fertig ich komme gleich na das werden wir noch sehen erstaunlich wie weit du gekommen bist aber deine torheiten enden jetzt auch das werden wir sehen du weißt schon dass ich dich immer noch sehe oder ja jahre lang diese anmaßung hallo das sind ja nur zwei nicht nötig muss meine chance warten au wird nachgeladen was machst du da ja geschützt eingespannt und raus und willis das ich werde dich vernichten das werden wir noch sehen also hast du deine schreibtisch kaputt gemacht das ist meine chance zack du stirbst genauso nutzlos wie du gelebt hast netzwerfer aufladen und wieder angriffen drei angreifen pro dings reichen zack war das sogar viel? weiss ich nicht nein hat nicht gereicht uah verflut nö oh sequenz der ersten abschnitt komplett ohne schaden überstanden auf in den nächsten du bist der größte abschaum dieser stadt ähm nein höchstens die größte spiller ihr wisst was zu tun ist umsteht ihn alsa findet ihr das na 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 erstmal lassen aus welchen nicht irgendwas geeignet ist er da ja 3 4 du bist so weit gegangen Junge, nehmt ihr Schwachköpfe, ihr seid zum Kämpfen ausgebildet, also kämpft oh fuck scheiße ah schön ich hab noch nicht mal angefangen nun schlag den Auge um, genau doch, ja wo ist die Ticker eigentlich da? ja und nochmal na los doch nein ich schaffe das alleine ja ja das sieht doch gut aus, zack und natürlich greife ich erstmal den anderen an warum auch nicht jetzt aber da uh, knapp so, knapp naja, okay, einen nochmal und dann haben wir den auch klein Gott sei Dank oh bisschen an ups oh, was ist das? ja das ist gleich vorbei ja 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 und so wie mache ich das jetzt erstmal ausweichen und natürlich gegen den stein springen und weg hallo so hat den dicken und natürlich anstatt dass er den dicken auch angreifen warum denn auch nicht so jetzt aber hochklapp wie sein jetzt ist das alle so jetzt ist der auf der kurs tätige da es wissen willi 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 kriegt auf die nase so ist das letzte mal schon nein noch nicht nein jetzt schießt das alle richtig ausweichen so haben wir drauf geworfen so ein netzschieser ausfüllen und jetzt muss aber eigentlich in die sequenz übergehen genau und jetzt draufschlagen prügel 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 sollten wir uns küssen verpackt wie eine seiden hopper ich glaube du hast da drinnen der feinde als ich wenn du glaubst dass das mehr als ein kleines ich muss los viel glück ich habe das gefühl du wirst es brauchen ich habe in dieser stadt aber ja irgendwas muss ja die geschichte passieren das ende einer ära ich sollte das feiern vielleicht sollte ich urlaub machen oder auch nicht so wie direkt ein level aufgestiegen auf stufe zwei ja höchste gesundheit ganze zehn punkte so was haben wir noch wer mein fertig hat punkt sie mal direkt hier verteilen können wie das geht ist mir bekannt so wir haben den schwung tritt werden das perfekte ausweichen und wir haben den netzgeriff ich wähle das perfekte ausweichen weil das definitiv bei den kämpfen helfen wird so schönen dank fürs zuschauen in dieser ersten folge spiderman und bis zum nächsten mal ciao